Ich bin der Markus Herzinger. Ich bin seit 15 Jahren Inhaber vom Sportgeschäft Going Sport. Seit acht Jahren haben wir eine Filiale im Bio-Hotel Stanglwirt, wo wir uns momentan befinden. Wir probieren momentan alles, um ein Einkaufserlebnis anbieten zu können, das möglichst sicher virenfrei ist und wo der Wohlfühlfaktor für Kunden und für Mitarbeiter gegeben ist. Warum haben Sie sich für einen Luftreiniger von Mann und Hummel entschieden? Ein Bekannter von mir hat mich darauf gebracht, dass dieses AAR-System genau das Richtige wäre für unseren Shop hier. Ich habe mir das dann angeschaut und habe gesehen, die haben schon Jahrzehnte Erfahrung in der Bekämpfung von Viren in der Luft und das ist genau das, was wir momentan brauchen, um das höchste Maß an Sicherheit anzubieten. Würden Sie anderen den Luftreiniger weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall, diese mobilen Luftreiniger von Mann und Hummel reinigen mehrmals die Stunde unsere Luft hier, machen das so virenfrei wie möglich, machen das ganze automatisch, ohne dass man irgendwas machen muss und sorgen wirklich für eine gewaltige Luftqualität. Und das Tolle ist, ich fühle mich wirklich gewappnet jetzt für den Winter. Wir haben ein gutes, sicheres Gefühl und es gefällt mir. Mehr als 40 Jahre führende Expertise in Filtrationstechnologien für Reinräume und Operationssäle. Vertrauen Sie dem Spezialisten.